Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Rehnüsschen mit Holunderbeersauce. Eine feine Soße mit zartem Fleisch. Für zwei bis vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Portion Holunderbeersauce 1,5-1 ganzes Rehfilet Je 2 Esslöffel Butter und Butterschmalz 0,1 Liter trockenen Rotwein Typ Bordeaux, Edok oder Rotwein Typ Kaor Meersalz aus der Mühle und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer Folgende Utensilien werden benötigt. Topf für die Soße Pfanne, Pfanne, Schneebesen, Küchenpapier, Aluminiumfolie Zubereitung Das Backrohr auf Ober-Unterhitze 100 Grad Celsius vorheizen Die Soße erhitzen Das Rehfilet parieren, alle Fettanteile entfernen, vorsichtig unter fließendem, kalten Wasser abwaschen und mit Küchenpapier trocken tupfen Jedes Fleisch in vier gleichmäßige Teile schneiden Das Fett in der Pfanne erhitzen, die Filets maximal von jeder Seite zwei Minuten anbraten und würzen Das Fleisch auf einen größeren Teller geben, mit Alupapier abdecken und in den Ofen schieben Das Bratfett entfernen Den entstandener Bratensatz mit Wein auflösen, durch ein Sieb in die Holunderbeersauce Soße abseihen Die Butter in obige Soße mit dem Schneebesen einmontieren Das Fleisch aus dem Ofen holen und den entstandenen Fleischsaft unter die Soße rühren Die Soße abschmecken Als Beilagen eignen sich Spätzle, frische Eiernudeln, Brezelknödel, Schupfnudeln oder Semmelknödel Gedünstete Feigen mit Zimt, Rotkohl oder Rotkraut mit Preiselbeeren Diese Varianten gibt es Refilet mit Orangenpreiselbeersauce, statt der Holunderbeersauce eine Portion Orangenpreiselbeersauce verwenden Wildhasenrücken mit Holunderbeersauce, statt dem halben oder ganzen Refilet einen halben oder ganzen Wildhasenrücken verwenden Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!